Deutsch ist eine Sprache, Deutsch ist eine Staatsangehörigkeit und manchmal fragen sich Menschen, was ist typisch Deutsch? Zunächst einmal, das Wort Deutsch heißt eigentlich zum Volk gehörig. Deutsch ist ein, im Altdeutschen bedeutet Deutsch zum Volk gehörig. Im frühen Mittelalter haben die Gelehrten immer Latein geschrieben und sie haben sich auch auf Latein unterhalten. Und wenn dann jemand mal in der Volkssprache geschrieben hat, dann war es, hier sagt man immer, hat Deutsch gesprochen in der Sprache des Volkes. Ursprünglich war also Deutsch gar keine Bezeichnung eines Volkes, es war auch keine Sprache, sondern Deutsch war einfach in vielen der germanischen Sprachen, heute würde man sagen in Althochdeutschen Sprachen oder Nieder- oder Mittelhochdeutschen Sprachen, war Deutsch einfach die Bezeichnung für Sprache des Volkes. Und irgendwo kann einem das ja bis heute sympathisch sein, wenn man sagt, was ist eigentlich Deutsch? Deutsch würde man sagen, wäre etwas, was für das gemeine Volk gut ist. Ein deutscher Charakter wäre, dass man weniger auf Adel und die Vornehmen achtet, sondern auf die vielen Menschen. Und tatsächlich, die Deutschen sind vielleicht eher romantisch, sie sind, haben einen Bezug zum Wald, sie sind nicht ganz so elitenorientiert und so weiter. Mindestens könnte man das behaupten und als ideal ansehen. Übrigens, ich heiße Yasukhadev, aber mein Name, den mir die Mutter gegeben hat, ist Volker, also Mann aus dem Volk. Und so ist auch das etwas, was irgendwo sagt, fühle dich mit allen verbunden. Und sei dir bewusst, wir sind alle eine große Gemeinschaft. Und letztlich könnte man auch sagen, wirklich Deutsch wäre es, die ganze Welt als dein Zuhause anzusehen. Das gemeine Volk, das gesamte Volk, die gesamte Menschheit, das wäre in dem Begriff Deutsch enthalten. END André